Merhaba und Assalamu alaikum. Mein Name ist Mario und das ist mein Übersetzer Oday aus Bagdad. Merhaba, ich bin der Kollege Mario und ich bin Oday aus Bagdad. Wir heißen herzlich willkommen alle unsere muslimischen Zuschauer. Ich bin herzlich willkommen alle muslimischen Zuschauer. Dies ist ein Video als Antwort für Ahmed Didat und Dr. Zakir Naik. Sie sind sehr kluge Gelehrten, die so wie alle muslimischen Gelehrten lehren, der Koran lehrt, Jesus ist gar nicht gestorben und gar nicht gekreuzigt. Und die Sure, auf die sie sich beziehen, finden wir in der Sure An-Nisa 157, 158. Und da heißt es, und dafür, dass sie sagten, gewiss, wir haben Al-Masih Issa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs, getötet. Sie haben ihn aber weder getötet noch gekreuzigt, denn es erschien ihnen nur so. Nun, das ist der Hauptvers, auf den die Muslime ihre Lehre bauen. Jesus ist gar nicht gestorben. Das ist der Grund für die Muslime, die sie sagen, dass Allah, Jesus, ist gar nicht mächtig, also gar nicht mächtig. In Allah hat Issa Massiv verwendet in seinem Angesicht. Das ist Allah, der hat Jesus, den Messiech, einen schönen Gesicht, also einen schönen Gesicht. Jemand anders ist gekreuzigt worden, anstelle von Jesus. Und Allah hat seinen Gesandten bewahrt und hat ihn zu sich in den Himmel hinaufgezogen. Nun, wir als Christen haben mit diesem Vers eigentlich kein Problem. Denn hier sagt Mohammed, die Juden hätten Issa Massiv nicht getötet oder nicht gekreuzigt. Nun, das stimmt total mit der Lehre der Bibel überein, denn die Römer haben Jesus gekreuzigt. Und Jesus sagt sogar selbst in Johannes 10, Vers 18, Niemand nimmt mein Leben von mir. Und Jesus sagt, ich habe vollmacht, es zu lassen und ich habe vollmacht, es wiederzunehmen. Nun, wir wissen, dass alle Hadithen und alle Tafsere leeren, Jesus ist gar nicht gestorben. Und nun, كل die Hadith und alle Tafsere sagen, dass Jesus auf dem Messiech, dass er nicht sterben ist. Jesus wäre gar nicht gekreuzigt. Und er auch nicht getötet hat. Und doch sagt der Koran, dass an drei Stellen, dass Jesus gestorben ist. Und an einer Stelle sogar, dass er gestorben und auferstanden ist. So lesen wir in der Sura Al-Ma'ida, das ist die Sura Nummer 5, Vers 117. Da heißt es, und ich war Zeuge über sie, solange ich unter ihnen weilte, seitdem du mich abberufen hast. Oder wörtlich übersetzt, seit du mich hast sterben lassen. Und hier ist das Wort, was so viel heißt wie sterben lassen. Und so heißt es auch in dem deutsch-arabischen Wörterbuch von Götz Schreckle, heißt nämlich die Wortwurzel Tawaffa, nämlich sterben lassen, umkommen. Und wir haben sogar noch eine Stelle gefunden, wo der Koran bezeugt, dass Jesus gestorben ist. In der Sura Al-Imran, das ist die Sura 3, Vers 55. Da heißt es nämlich, als Allah sagte, O Issa, ich werde dich nunmehr sterben lassen. Und hier sind die Worte, ich werde dich sterben lassen. Nun, wir haben hier eine Übersetzung ins Deutsche von Frank Bubenheim. Und diese Übersetzung ist übereinstimmend mit den Hadithen, hat es hier abberufen, das Wort abberufen benutzt. Aber hier ist das Wort, wofiqa. Und hier ist das Wort, wofiqa. Und nach dem arabischen Handwörterbuch von Adolf Wammuld, ist die Wortwurzel Mutawaffa. Und das hat zwei Bedeutungen. Von Gott aufgenommen. Nun, wenn heute in der Zeitung stehen würde, Pastor Wann Schaffer, wäre am 24. Juli von Gott aufgenommen worden. Würde niemand glauben, dass Allah mich entdrückt hätte, weil mein Name ist nicht Elia und mein Name ist nicht Henoch. Alle würden denken, ich bin selig verstorben. Und das ist auch das Wort, was in dem Wörterbuch als zweite Bedeutung benannt wird. Mutter wofiqa bedeutet, Jesus ist selig verstorben. Und wir haben noch eine dritte Stelle im Koran. In der Sura Maryam, Ayat 33. Und da heißt es von Jesus selber. Und der Friede sei auf mir an dem Tag, da ich geboren wurde und am Tag, da ich sterbe und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das heißt also, hier sagt Jesus selber voraus seinen Tod und seine Auferstehung. Und er sagt hier, Das heißt, Friede sei auf mir an dem Tag, da ich sterben werde. Und nach dem arabischen Wörterbuch von Hans Ver ist die Wortwurzel von Amutu Und das heißt, ein deutlich sterben. Das heißt, der Koran bezeugt ganz deutlich an drei Stellen, dass Jesus gestorben ist. Und an dieser Stelle sogar, dass er auferstanden ist. Für uns als Christen ist das die wichtigste Botschaft überhaupt. Denn die Bibel sagt, dass der Tod Jesu die Grundlage ist für unsere Vergebung. Jesus Christus kam als unser Bodyguard Er hat sein Leben ausgetauscht für uns im ewigen Gericht. Denn in der Sura As-Safat 107 heißt es Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Das heißt, Allah hat ein außergewöhnliches Schlachtopfer für uns gegeben. Das ist für uns Jesus Christus. Weil er der einzig heilige Prophet für uns ist. Der aus Liebe sein Leben geopfert hat für uns. Nun, wir haben sogar römische Historiker, die keine Christen waren. Die den Tod Jesu historisch belegen. Hier in meinem Buch mit Muslimen im Gespräch. Habe ich diese Zitate aufgeschrieben von Flavius Josefus. Aus der Zeit des ersten Jahrhunderts. Der kein Christ war. Und historisch bezeugt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Und auch das Zeugnis von Lukian von Samosata. Ein römischen Historiker. Ein römischer Historiker. Der bezeugt, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Und sogar, dass die Christen ihn angebetet haben. Und er war kein Christ. All das steht in meinem Buch mit Muslimen im Gespräch. In deutscher und in arabischer Sprache. Es ist mit Respekt geschrieben. Ohne ein negatives Wort gegen Mohammed, gegen Islam, gegen Koran. Es hat die schwierigsten Fragen von Ahmed Diederth und Dr. Zakir Naik da drin. Und meine Antworten dazu. Gern schicken wir es Ihnen kostenlos zu. Und ich möchte Ihnen noch jemanden vorstellen. Sein Name ist Pinchas Lapid. Er ist einer der berühmtesten jüdischen Religionswissenschaftler. Er ist kein Christ. Er hat ein Buch geschrieben. Die Auferstehung. In diesem Buch wollte er beweisen, dass die Auferstehungsberichte der Jünger eine Fälschung sind. Weil er kennt auch andere Rabbiner, die auch Wunder und Zeichen getan haben, von denen es auch Auferstehungsberichte gab. Und er wollte anhand dieser Parallele zeigen, dass die Auferstehungsberichte der Evangelien eine Fälschung sind. Und während er diese Berichte gegenübergestellt hat. Kommt er zu der Überzeugung, dass die Auferstehungsberichte der Evangelien historisch wahr sind. Und das sagt er Ihnen in Seiten 76, 77 in seinem Buch. Das Leben der Jünger, die vorher ihren Herrn verraten haben. Wurde in einer Nacht radikal verändert. Diese Jünger, die alle Hoffnung verloren hatten. Haben die Botschaft von Jesus Christus in die ganze Welt rausgehauen. Sie haben sogar ihr Leben gelassen für diese Botschaft. Und er sagt, das kann kein Märchen sein. Und er hat die Realität der Auferstehung Menschen für immer verändert. Ich möchte Sie heute ermutigen. Jesus Christus ist nicht nur gestorben für unsere Sünden. Er ist auch auferstanden von den Toten. Und das ist die Hoffnung in einem hoffnungslosen Leben. Diese Auferstehungskraft ist auch für Sie da. Wenn Sie heute zu Jesus kommen und sagen, Jesus komm in mein Herz vergib mir meine Schuld sei du der Herr in meinem Leben kann Jesus Ihnen eine ganz neue Dimension in Ihrem Leben öffnen. Und das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und verabschiede mich. Und zwei vor allem als vor allem als